Hallöchen und Willkommen zurück zu Jenna's Sisters! Rise of the Ollord! Ollord? Ollord? Ollord! Okay, alles klar. Wir wissen Bescheid. Mario gönnt sich heute mal einen Ausflug in die Himmelsruinen. Ja, nachdem Anni letztens schon durch den Wolkenwald gejagt wurde, von den fiesen, fiesen Eulen. Ja, und es hat sich angefühlt, als ob wir nie weg waren, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Als wenn wir quasi dezent weiter gestorben sind. Richtig. So, und dann gucken wir gleich mal, was jetzt so auf uns zukommt. Das ist aber im Vergleich zu dem Original, zum Hauptspiel anders, dass man hier so kleine Mini-Sequenzen hat. Ja, hat was. So, erst mal hier versagen, würde ich sagen. Wie immer. Da geht gut los. Ich wollte mal zeigen, wie man es nicht macht. Zwei. Ja. Jetzt konzentriere dich mal ein bisschen, ne? Man sieht im Prinzip, dass ich auch nie weg war. So. Ja. Sieht zumindest so aus, als ob da gleich was kommt. Ja, schön. Gleich ein paar. Du brauchst auch nur 462. Von daher, äh, da kannst du die Steine kaputt machen. Ja, das habe ich gesehen. Ich wollte erst mal schauen, dass ich... Komm, der Totenkopf sagt bestimmt, dass du doch nach links kannst. Ne, erstmal gehe ich ja nach rechts. Oh. Oh, süß. Nein. I love diamonds. Aber sowas von... Wolltest du nicht nach links gucken gehen? Äh, ehrlich gesagt, nein. Ich bin jetzt schon oft genug gestorben hier. Sein gut. Einfach nur so ein bisschen dann wieder zurück. Ne, komm dann wieder zurück. Nein. Kannst du einmal mit der Kamera rausschauen. Ja, wahrscheinlich, äh... Was sag ich gleich? Oh, da komm schon mal eine fette Eule. Das war aber eine ohne Rüstung, von daher. Ja, das stimmt. Das hat aber nichts zu sagen, wie man ja am Anfang schon gesehen hat. Ja. Bam. Da fliegen auch die Federn nach vorne. Schau mal. Ne, 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 nimm doch mal die Kamera. Mit dem rechten Stick kannst du ja hin und her schauen. Ja, als wenn das hier irgendwas bringt. Na, ich finde das schon gar nicht so sinnlos. Du weißt ganz, äh, am Ende, da wo man nicht mehr hingucken kann mit der Kamera, da wartet der fette Diamant. Das stimmt. Ich hätte ja erst mal links geguckt. Kann ich ja erst mal machen. Da ist nischt. Oh? Ich stehe am Anfang. Das ist aber... Das ist aber knapp. Hattest du am Anfang eigentlich geschaut, ob links was war? Ähm, da war da auch nichts. Hör dich jetzt mal. Da war auch nur Totenkopf. Da ist nix. Oh, das Luftschuss ist abgestürzt. Siehst du das? Ja, naja. So ist das halt. Dafür wird der Alllord, äh, Alllord, wie heißt er denn jetzt richtig? Allvalord. Der Allvalord. Der Allvalord. Ja, bestimmt. Ja, das kannte man ja schon aus dem ersten Teil, oder was heißt aus dem ersten Teil aus dem Hauptspiel, dass man an bestimmten Wänden hochklettern kann. Toll. Oder so. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Irgendwo, wo ich nicht hin wollte, wahrscheinlich. Da unten ist ein Bumper. Oh, der wäre von weiter links losgegangen. Aber gut, du kommst wieder zurück. Ja, ich finde es immer noch... Oh Gott. ...ein bisschen verwirrend. So was denn? Das ist mir jetzt schon wieder zu viel Bumper. Alter. Das ist ja wie ein Flipper hier. Ich blick überhaupt nicht durch, wo ich hin muss. Tja. Immer der Nase nah. Kommt hier was raus? Kommt hier was raus? Äh... Ich glaub... Kannst du dich kaputt machen, auf der Linken? Oh! Oha! Das ist ja gemein. Ähm... Kann man so nicht sagen. Oh Gott. Machst du ja super. Ja, aua, oh. Ah... Oh Gott, jetzt schnell nach oben. Ja. Und jetzt musst du da twisten. Genau. Uh... Das war jetzt schon wieder haarscharf. Aber... Aber... Ich bin schon wieder völlig, äh, von der Rolle. Hast du aber gut gemeistert dafür. Hoffen wir, dass ein Speicherpunkt kommt. War er grad schon. Ach, siehste? Ein Glück? Das ist so ein Glück, leider. Ah, schön. Aber irgendwie hast du wahrscheinlich alles vergessen. Ey, es war da jetzt mal ein Schlüssel, den ich oben eingesammelt habe oder einsammeln muss. Nein, meinst du kommst in jede Richtung? Ja, bestimmt. Komm ich da nochmal zurück. Irgendwie. Hoffe ich. Ich hoffe auch. Ja, Mann. Ist ein bisschen verwirrend. Ja, das ist in der Tat verwirrend. Da kann man runter. Ja, da musst du auch runter. Okay. Schau, wo du rauskommst. Oh. Oh, es stürzt sich. Es war zu weit, glaube ich. Ach Gott, wo bin ich denn hier? Ach Gott, mein Gott. Schön. Immerhin. Ach, guck mal, da wird sogar angezeigt, wo die Schüssel sind. Ach, jetzt? Ja, jetzt hab ich's auch verstanden. Oh. Oh Gott. Ach, nö. Vorsicht vor den Stacheln. Das wäre nichts für mich, möchte ich mal festhalten. Ich hab Angst, ich hab Angst. Ach, du schaffst das, du schaffst das. Oh, ich muss umschalten. Oh, shit. Ich hab's grad noch gesehen oder war's zu spät. Das hab ich gar nicht gesehen. Aber es ist ja nett, dass da Ausrufezeichen sind. Achtung, hier ist irgendwas. Ja, es hat mir aber auch nichts gebracht, die Erkenntnis. Oh, und schalten? Ach, ne, kaputt machen. Oh Gott. Aber siehs mal so, je öfter du dann stirbst, umso mehr erfährst du halt auch. Über das, was dich da erwartet. Umso mehr Tode hab ich, ja, ja. Auch das. Naja, es gilt 15 Tode zu schlagen. Das hab ich jetzt schon bestimmt hinter mir. Na. Und? Genau. Mit dem Kopf durch die Wand. Oder so. Ich trau mich nicht mal so ne Heule kaputt zu machen hier oben, ey. Das ist schon bitter. Ja, das ist wirklich bitter. Die sind doch nackig. Ah. Juuuuhu. Oh. Ähm. Äh. Ja. Dann ging's irgendwo lang. Hier rechts, glaub ich. Und meinst, da kommen wir da rüber? Na, ich hätte gedacht jetzt, dass man hier irgendwie so hoch springt. Rüber daschen. Okay. Und jetzt von hier aus irgendwie hoch. Okay. Ahja. Okay. Das reicht sogar schon. Da geht's auch gar nicht weiter. Juhu. Sehr schön. Geht's da ora an, der Mann? Ähm. Sieht nicht so aus. Ne. Ey. Ja. Das ist sehr verwirrend hier. Total. Ich hab aber überhaupt gar keinen Überblick mehr. Aber, weißt welchen Schlüssel du jetzt gefunden hast. Mal wieder. Ja. Jetzt müssen wir irgendwie nach rechts. Und äh. Äh. Und nach oben irgendwie. Dann nach oben. Dann nach rechts. Ahja. Ja. Hm. Na ja. Wären wir doch angekommen. Oh Gott. Ey. Das ist verwirrend. Äh. Okay. Irgendwie kommst du da nach unten. Ja. Na ja. Wär doch angekommen. Oh Gott. Das ist verwirrend. Äh. Na ja. Komm mal von unten hoch. Auf jeden Fall. Ja. Dann schauen wir mal wo das geht. Bam. Zack. Federn. Auf die Eule fährt nicht mit. Ah ja. Okay. Steine. Steine sind Steine. Steine sind Steine. Steine sind Steine. Und da sind noch mehr Steine. Auf die Duplätze. Da steht denn da so ne Kiste die leuchtet. Wo? Geh mal zurück? Na ja. Ach nee. Das täuscht. Gut. Der Stein der da war. Hä? Ach. Was denn hier eigentlich? Warum warum... Was machen die denn da? Sag mal. habe ich aber kurzzeitig glück gehabt ja jeden fall aber das problem ist wenn ich jetzt drücke dann habe ich auch glück gehabt jetzt musste trotzdem wieder weil da ging es noch rechts lang ja links in der linken rechts lang hier ging es rechts lang hier meine ich hier müssen hier schon wieder so stress totaler stress ist wirklich und speichern ist total das ist schon erstaunlicher weise sehr nett aber jetzt kommt wahrscheinlich auch nicht in die suppe nicht in die suppe ja ich wollte dann die suppe steigt gleich wieder hier ja die steigt automatisch wenn ich hier durch bin das kann man so nicht sagen dann mal schnell kacke ist das ist doch hier schon wieder so schwer nichts für mich ist das schon ja auch dran da musst du in einem richtigen moment ja ja doch nicht wieder runter ach du schluss hau ab eule mein gott und jetzt schnell die suppe wartet und nicht stressen lassen vorsicht 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 das wasser steigt scheiße was hier los na also geht doch gott der stress morgen ist ja schon ein bisschen irre warum sind die denn alle so schnell was haben wir ja gefrühstückt heute nicht das was du hattest ich habe schnipsel zum frühstück das stimmt allerdings ich war dabei ich brauchte hier nur einen scheiß schlüssel ja den wollen sie dir aber nicht geben merkt das schon was ist das heißt wieder verbrochen nicht vorsicht das wird jetzt ohne speichern ach doch gott jetzt habe ich mich selber verarscht das ist schön da oben könnte man muss ja nicht ich will nicht rein zurück hast keine wahl doch raus da war nämlich noch was und unten dann kann es ab da rüber springen das muss ja reichen ja das kann man so nicht sagen weißt du ich war um die zeit schon mit meinem level durch das war ja auch total einfach total einfach so nicht aber fast wie geht es weiter naja du musst einfach vorher ach quatsch ich muss ja ja ich muss vorher was nach vorher schon in den drehmodus da da kommst du bestimmt durch oder ich muss doch ich muss doch hier durchfunken ne da musst du mit dem dash mensch ich habe einfach vorher losgelassen alles klar aber ich glaube da unten war gerade noch ein punkt wo man hätte ich habe die schlüssel gar nicht gefunden kann das sein doch doch das wäre jetzt auch kein schön für umsonst dahin gegangen alles abgeräumt naja so umsonst war es nicht ne so ne jetzt muss ich hier hoch ha ja genau BÄM JUUUUU Super wiegt ihr eine dobe Eule? ein Furby Furby? sieht aus wie Furby Was ist das denn? ein Krabbelding also bei einem krabbeln hier so eine Viecher da lang ist doch voll eklig ja ich musste mal was neues geben oder? ja warum bei mir? ich hasse Spinnen weil die so hässlich sind ich glaube nicht dass es eine Spinne ist naja das ist so ein ein Krabbelvieh eine Spinne ein Krabbelvieh Oh mein Gott, das war falsch. Ja, aber... Glück gehabt. Ja, das ist hier völlig total unlogisch, dass hier nichts ist. Ja. Ihh, geh weg Older. Vielleicht kommst du... Ich hab mir grad einen Stachel ins Auge gehauen. Ja, ouch. Blutet noch. Oh. Oh Mann. Ja, ich weiß noch nicht, wo du da hochkommen sollst. Bei links an solchen Wänden, da kommt man ja eigentlich gut. Oder? Ne. Das ist nicht gut. Ne, hier ist nämlich nichts mehr. Nein. Langsam mal hoch. Aber da kommt man bestimmt irgendwie wieder von oben irgendwo über. Bestimmt, dann ist er da eh. Ich finde die Viecher voll hässlich. Doch, das sind tatsächlich Spinnen. Ja, natürlich sind wir Spinnen. Natürlich. Ich glaube ich spinne. Oh mein Gott. Ich... Und das Gute ist, die haben einen Stachel noch im Rücken. Ja. Kannst du nicht mal kaputt punkten. Wie sehen die denn aus, wenn du die Welt wechselst? Ah. Schnecken. Das sorgt gleich für angenehmer. Ja, das stimmt allerdings. Kannst du die kaputt machen? Ich meine, die sind ja auch um einiges langsamer. Das stimmt allerdings. Aber ich bin hier gerade... Im Stress? Etwas im Stress. Ich habe da jetzt nicht so viel Zeit zu gucken. Oh. Der hat eine Rüstung an. Ach Mann ey. Ist doch... Geh weg. Und der hat eine Maske auch. Warum liegt eigentlich Strom? Ja, ich glaube. Scheiße war die falsche Seite, glaube ich, oder? Ich kann da nochmal rüber. Ja, genau. Ist ein Gala frisch. Da ist noch irgendwas hier im Dings. Naja, äh... Was war das denn? Ich hatte nicht lang gelacht. Wechsel mal. Na, da war irgendwas im Boden drin. Wer weiß, was du da gerade umgebracht hast? Sie hat auf jeden Fall gelacht. Eieiei, also... Nee, nee, da geht's bestimmt nicht lang. Nein, da musst du nicht hin. Da musst du bestimmt nicht hin. Doch, nee, ich muss hier nicht lang. Ich hab mich mal spontan umentschieden. Ganz spontan. Bei diesem Stress hier. Da bleibt mir mal nichts übrig. Das ist... Das ist ein totaler Stress hier, ey. So, Vorsicht. Nee, das klappt so nicht. Das hätte ich dir aber auch noch früher sagen können. Ich will doch wieder Diät machen. Ich passe da nicht mehr durch. Die bleiben immer am Schwimmering hängen. Ja, dann schneller um. Na, ich warte mal, bis er wieder zurückkommt. Meinst du, du hast mehr Zeit? Meinst du, es hilft? Nee, ich hab jetzt einfach getrödelt am Anfang. Jetzt muss ich irgendwo nach links. Erstmal... Guck mal, da ist es schon wieder. Wechsel jetzt mal. Na, da ist irgendwas im Boden. Das ist ein Vieh. Ja, das... Verbackt. Steckt im Boden. Hier, so ein Vieh ist das. Ja. Hey, wir haben einen Back gefunden. Haha. Tihihi. So, da geht's aber jetzt nicht lang. Oh mein Gott. Okay. Hätte man runterfahren können. Ach nee, ist ein Pfeil. Nee. Ich dachte, das war eine Plattform. Richtig. Da hab ich mir irgendwie in den Kopf gestoßen. Ja. Einfach jetzt noch. Ja. Alter, und die wird man doch laufen können. Ja, und das hier ist tatsächlich nichts. Ist ja unglaublich. Oh, da unten hast du gesehen. Boah, aber irgendwie ist die Grafik hier ein bisschen... Ne? Das hab ich im letzten Level auch schon gesehen. Naja, da ist so ein Grafikfehler da, dieser Strich da. Naja. Oh mein Gott. Wie kurz hätte ich erschrocken. Ach. Bleib ganz ruhig. Sieht doch super aus. Da kommst du doch. Ja, ich wollte mal gucken, ob hier... Oh, oh. Aha. Aber ich hab's nicht geschafft. Aber du weißt, das würde klappen. Ja, irgendwie... Irgendwie... Da musst du einfach noch ein bisschen höher springen dann. Äh. War ein bisschen knapp, wa? Ein bisschen. Aber hier links geht's auch lang. Ja, du musst ab hier... Ich würde erstmal hier versuchen, so hoch wie möglich. Genau. Ich hoffe, es reicht. Jawoll. Sehr gut. Klasse. Klasse. Boah. Sehr cool. Und? Geht's da nach... Ne. Nach unten? Ne, nach unten geht die Kamera nicht. Gut. Also würd's da wohl nicht... Also würd's da wohl nicht... rüber gehen. Ja, aber immerhin... so einen kleinen, äh... Geheimfahrt gefunden. Das passiert uns ja nicht so oft. Ist korrekt. Wo komm ich denn jetzt hier unten zu den... vielen, ne? Äh, na... Vielleicht... Ja, lauf mal da runter. Guck mal. Kannst du durchspringen. Ach, ich seh's schon. Ach du Scheiße. Oh je. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Runter, runter. Ach, ich steh mir mit aufm grünen... Ach, ich hab das gar nicht gesehen. Oh mein Gott. 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 Ist das stressig. Da hätte man bestimmt oben noch umgekommen. Naja, egal. Du bist aber unten angekommen. Ja, aber ich hätte bestimmt hier oben rechts abliegen müssen. War da was? Ja, da ging man rechts nach Steiner. Vielleicht kommt's ja nochmal hoch? Ne, das Problem ist, ich bin ja... Da, siehst du die Steine oben, die gehen hier nach rechts rüber. Ja, scheiße. Die mit den Rüssen. Ach, verdammt. Ja, da wäre der Diamantkreis gewesen, den ich gesehen habe. Ja. Hm. Immerhin hast du ihn gesehen. Oh. Oh. Cool. Da kannst du sogar rein ins Wasser. Wie ich das will, weiß ich noch nicht. Meine Füße abkühlen hier. Oh je, oh je. Das sieht ja noch ganz gut aus. Oh. Oh. Du weißt Bescheid? Äh, wie komm ich noch hoch? Äh. Oh. Ich hab im richtigen Moment gedrückt. Sehr schön. Oh, da hast du ja trotzdem viele Diamanten gefunden. Aber bestimmt ist da jetzt bald das... Also bye! Du kommst... Du wirst noch mal hinkommen. Du musst ja ganz oben wieder rum. Ja. Ob ich das will? Das wäre ärgerlich, wenn ich jetzt, äh, welche verpasse. Ja, eben. Ponk. Ponk. Ja, komm. Geh doch mal hin. Du weißt ja jetzt, wo's lang geht. Die fünf Minuten. Nee, wie sehr nischt. Es gibt ja noch nicht mal ne Garantie, dass ich das jetzt so schaffe. Das stimmt. Aber das macht nicht. Nichts. Einfach schnell hier rüber und, äh. Nee, schnell ist immer gut. Äh, ungut. Meine ich. Uiuiui. Oh, verdammt. Ich hab gespeichert rum. Ja. Oh mein Gott. War schon bisschen knapp. Du hast es noch nicht probiert, ob man die Schnecken umbringen kann, ne? Nee, will ich aber ehrlich gesagt nicht. Na gut. Ich würd vermuten, ja. Das ist, äh... Oh mein Gott. Wie mit dieser komischen Kiste, wo die Stacheln rauskommen. Ja, aber die verkrümmeln sich bestimmt im Schneckenhaus. Außerdem sehen die so friedlich aus. Die haben uns nichts getan. Das stimmt. Oh mein Gott. Ich bin schon wieder völlig irre hier. Völlig gestresst. So, was war da jetzt hier irgendwo rüber, ne? Äh... Nee, rüber brauchst du ja nicht. Weil... Also nach links ja. Klar. So. Sehr gut. Da unten ist der Kreis. Geh doch mal hier links lang gleich. Vielleicht ist einfach hier. Ja, genau. Ich dachte schon wieder hier. Aber trotzdem muss ja dann da unten was sein. Für die anderen 42 die Herren. Ja, wahrscheinlich schon, ja. Wie komm ich jetzt wieder hoch hier? Hm... Na links. So quasi. Genau. So, und jetzt? Wie ist es weiter? Na jetzt muss ich hier hoch. Ach so. Alles klar. Hast du ja schon fast geschafft. Ja, nie, weil... Jetzt kommt ja schon der spannende Part. Jetzt kommt ja schon der spannende Part. Die Kacksch... Ach, guck mal, da ist ein Teleporter. Hast du den vorhin genommen? Äh... Nee. Nee, ich glaub nicht. Ich... Aha, aha. Äh... Ach so, da kommt man wieder hoch. Den haben wir vorhin einfach noch nicht gesehen auf der Seite. Hä? Was auch wo jetzt gerade passiert ist, ich weiß es nicht. Aber warum... Warum gehst du denn nicht? Kannst du ja nicht trotzdem lang? Ey, das ist ja jetzt so richtig... Ähm... Ja, du hast gesehen, das geht nicht mehr weg. Also man hat einen Versuch in dem Level. Schön. Gut. Hat man es geschafft. Naja, gut. Aber immerhin wissen wir, wo es gewesen wäre. Oh mein Gott. So, würde ich einen Moment drücken. Und da kannst du jetzt auch gleich ab ins Ziel. Das ist ja dann wahrscheinlich, äh... Direkt da... Wo die Schlüssel sind, ne? Ja. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Oder hingekommen. Ne, sieht man ja nicht. Pong, Pong, Pong. So. Mhm. Unendliche Weiten. Äh... Äh... Wir sind noch nicht durch, ne? Noch nicht ganz, aber... Das kann nicht mehr weit sein. Ne, das glaube ich allerdings auch, weil... Fast alle Diamanten erwischt. Ja. Ich glaube, oben rechts ist es schon. Ja. 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 Ich werde überlegen, ob da oben noch irgendwas war. Irgendwas habe ich da gesehen, aber kann sein, dass es einfach nur so aussah. Ja. Ich habe mich täuscht. Weil du kommst ja von da nirgends mehr hin. Du musst jetzt hier auch nicht irgendwie, äh, das Ziel herauszögern. Warum denn nicht? Indem du hier dauernd drauf gehst. Ja, da ist nix. Ne, das war einfach nur so blau. Dann herzlichen Glückwunsch! Ne? Ja. Hast du, äh, geschafft. Leider Gottes, äh... Nicht alle Diamanten erwischt, aber ich kann mir schon vorstellen, wo sie gewesen wären. Ja. Wir haben es ja gesehen. Genau. Aber leider Gottes. Na ja, ein Versuch hatten wir gehabt. Jetzt wissen wir es fürs nächste Mal. Ja, beim nächsten Mal ist dann Anni wieder dran. Also einschalten nicht vergessen, denn es wird garantiert tödlich. Haha. Und das nicht nur einmal. Ja, das stimmt. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn es euch gefallen hat, gerne Likes und Kommentare da lassen. Ansonsten, ja, wie gesagt, beim nächsten Mal einschalten. Dann geht's ja weiter bei Janna Sisters. Rise of the... Overlord. Overlord. Ich brech mir doch über die Zunge, ey. Ja. Irgendwann kannst du's. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Tschüss. 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 Tschüss.